Musik Lang Lefer der Koning. Ein kleines Stückchen Niederlande liegt direkt vor den Toren Sperins. Das Schloss Basthorst und das Schlosshotel wird von dem niederländischen Ehepaar Hobmann geleitet. Einmal im Jahr wird zu den Königstagen geladen. Holländische Tradition. In den Niederlanden wird ausführlich Königstag gefeiert. Das ist der Geburtstag von unserem König. Und wir vermissen natürlich schon ein bisschen diese Feier. Und dann haben wir Mann und ich gedacht, wir feiern einfach jetzt in unsere neue Heimat hier und wollen das eigentlich zusammen mit allen unseren Gästen machen. Und das ist so der Hintergrund, dass wir einfach ein gemeinsames, fröhliches Fest haben wollen. Ein Home-and-Country-Markt, Open-Air-Konzerte und sogar ein Oranje-Golf-Turnier standen am Wochenende auf dem Programm. Startschuss war die Fashion Night Basthorst. Von kreativ über edel bis lässig. Abwechslungsreiche Modetrends vor prächtiger Schlosskulisse. Wer genau hinhörte, konnte gar noch etwas lernen. Beispielsweise, dass blau erwachsen geworden ist und schwarz gehörig Konkurrenz macht. Die dargebotenen Mode und Accessoires, sie waren Bestandteile von Kollektionen aus Geschäften ganz in der Nähe. Schmerin und Metropolregion Hamburg. Für Familie Hobmann stand die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region im Vordergrund. Wir wollen unbedingt mit Geschäften aus der Region das auch machen. Und wir finden es selbst auch toll, dass wir hier in Basthorst, in diesem kleinen Ort, so eine Veranstaltung machen können und auch dürfen. Und wie schön ist es, mit regionalen Geschäften das zu machen. Und das merkt man auch, dass die Gäste, die Geschäfte, all unsere Gäste das sehr toll finden. Und dass wir auch sehen, wie man hier gemeinsam so etwas Tolles veranstalten kann. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Einer dieser Partner ist Juwelier Carsten. Sonst nicht im Schloss, sondern im Schlosspark Center Schwerin zu finden. Die Damen sorgten bei den Models für den gewissen Hingucker. Also wir statten zehn Models aus und wir haben halt schönen Modelschmuck, auch schönen Goldschmuck und halt die Herren schöne tolle Uhren. Und vom Feedback her ist es für jeden so ein gelungener Abend, dass alle irgendwo Spaß an diesem Event haben. Für Abwechslung auf der Bühne sorgte unter anderem die Rostocker Breakdance-Crew Typhoon, deren Tänzer auch als Models zu gänzen wussten. Die Fashionlight Basthorst, ein stimmungsvoller Auftakt der Königstage. Für das Wichtigste an so einem Open-Air-Wochenende mussten die Veranstalter aber selbst sorgen. Das Wetter. Ja, da haben wir so ein richtig Fingerspitzengefühl dafür. Und wir haben dieses Wochenende so ausgesucht. Wir haben auf unser 100-jähriger Kalender geschaut und das Wochenende muss es sein. Gezahlt wurde bei den Königstagen übrigens nicht in Euro, sondern mit Königstalern. Eine Währung, die an diesem Wochenende nur in Basthorst galt. Die Saison für die kleinen Niederlanden von den Toren Sperins hat mit den Königstagen gerade begonnen. Das Schloss Basthorst lädt immer wieder zu interessanten Veranstaltungen ein. Ja! Natürlich! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020